Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Zwei kleinwüchsige Männer beschließen, ins Puff zu gehen, um mal richtig einen draufzumachen. Jeder mietet sich ein Zimmer, und es geht los. Der eine kriegt den ganzen Abend keinen hoch. Und mich schon ziemlich frustriert. Während er seinen Kollegen im Nebenzimmer den ganzen Abend lang hört, eins, zwei, drei, hopp, eins, zwei, drei, hopp. Und so geht es die ganze Nacht durch. Am nächsten Tag, Lagebesprechung. Der eine sagt, hey, wie war es bei dir gestern? Muss ja ziemlich gut gewesen sein. Ich, ich habe den ganzen Abend keinen hochgekriegt. Aber bei dir ging es immer, eins, zwei, drei, hopp, eins, zwei, drei, hopp, sagt der andere. Okay, er hat die ganze Nacht versucht, aufs Bett draufzukommen. Der Montagswitz. Ha, ha, ha.